Ja, hallo Willem, dies wird eine kleine Videoantwort für dich. Du wolltest ja sehen, wo wir so wohnen. Nehme ich dich mal mit auf einen kleinen Rundgang. Also ich wohne quasi in Ostwestfalen und das ist eine hauptsächlich landwirtschaftlich geprägte Region. Riesen ausgedehnte Waldstücke haben wir hier nicht. Und das sind hier Felder, Wiesen, natürlich auch immer wieder kleinere Wälder dabei. Und da nehme ich dich heute mal mit auf eine Tour. Ja, hier siehst du das Ortsschild. Hier ist jetzt so ein kleines Stückchen Wald. Das meiste an Bäumen, was hier steht, ist Ahorn. Die Bäume sind von armdick bis zu, ich sag mal, 40, 50 Jahre alt. Und hier links, hier ist so ein kleiner Bach. Und hier geht der Weg durch. Ja, Willem, das ist unsere kleine Tour. Ich hoffe, dir hat sie gefallen. Mein eigentliches Wanderrevier kann ich dir gar nicht zeigen. Da bin ich jetzt mal gerade nicht. Das liegt im Hart zwischen Goslar und Klaus-Tatzellerfeld. Da habe ich nochmal einen Wohnwagen stehen. Ja, da bin ich auch oft Fuß unterwegs. Es sind auch viele große Wälder. Aber ich hoffe, dir gefällt auch dieses Video. Hier wohne ich. Und ja, bei deinem Gipfelgeräte wollte ich gerne teilnehmen. Netter Kanal. Und alles Gute auf die nächsten 111. Ciao.